Willkommen zu einer neuen YouTube-Investions-Küche. Wir machen heute so ein bisschen einen Vlog, ich wollte mal frühstücken, wir machen heute mit Ciccicin, so nicht bitte. Beste Essen. Zeig mal. Das ist richtig geil, Leute, mit Knoblauch, gebt euch von der feinsten Sorte. Mega geil. Ja, auf jeden Fall, Mama, heute ist der letzte Tag von unseren muslimischen Geschwistern und Brüdern, die haben heute den letzten Fastentag, auf jeden Fall haben wir geschafft, 40 Tage hinter euch. Wir essen mit euch auch gleich um halb neun. Wenn ihr isst, wenn ihr euer Eftar macht, essen wir genau mit euch. Unser Video kommt genau online, wenn ihr euer Eftar macht. Ja, ja. Wir haben jetzt das letzte Video hier gehabt. Was haben wir gedreht eigentlich, Mama? Ich frage mal Mama. Mal checken. Mal checken, Nski. Ich habe einen Video gemacht, aber ich habe gesagt, dass ich es nicht mehr so gut verabschiede. Mein Name ist es. Fünf Tage wieder. Ich habe es gesagt. Mama und ich waren spontan und dann haben wir türkische Laden. Ah, das ist alles. Ich habe es manchmal auch in meiner Blog-Checke. Viele haben gefragt... Viele haben gefragt... Und sie wurden... Sie wurden in der Türkei geschrieben. Viele haben geschrieben, wo ist der Laden? Sie wurden in der Türkei geschrieben. Sie wurden in der Türkei geschrieben. Sie wurden in der Türkei geschrieben. Der türkische Laden, Leute, ist in Bremen, in Neustadt. Özymbazar heißt der. Özymbazar heißt der. Özymbazar. Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Könnt ihr gerne hingehen. Aber unter einer Voraussetzung. Wenn ihr hingeht, sagt ihr, wir sind hier wegen besser aus Küche. Geh waschen. Das ist doch erst mal richtig mit Seife beschwuner. Uuuuuh. Möchan, gießt das noch mal. Das ist eine Masila. Machst du an, das ist eine Masila. Das ist eine Masila. Ja, das ist eine Masila. Das ist eine Masila. Es ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz als Zwiebel. Ach, die Arme. Wie sie weinen. Oh, bist du traurig. Was willst du von mir zu haben? Willst du Geld? Wir suchen die Sch Eege. Was bekommt die Schoffel? Nein, das ist unglaublich... Sie beschreibt uns als erstes. Na, nicht? Until meines Gehörner ist es eingeschrieben. Schöne sah oder ist es wirklich ein Mensch? Wir tun das nicht. Ich habe keine Zehn gehört. Geh jetzt, eh an. Mama, eigentlich kannst du jetzt voll gut schauspielern. Ich erzähle eine Geschichte und dann weinst du, weil du so sowieso schon geweint hast. Achso, ja, wo ich gesagt habe, erzähl mal. Heute weiß ich nicht mehr, was du meinst. Mama, und zwar wollte ich dich was fragen. Ich frage auf Deutsch, ja, du kannst auch gerne auf Kurdisch antworten oder auch auf Deutsch. Jeder Ausländer zu Hause, also wirklich jeder kennt das. Wenn man zu Hause im Wohnzimmer sitzt mit mehreren Leuten und man hat Besuch bekommen und die Kinder sitzen auch da. Und die Kinder machen aber nicht das, was die Eltern gerade wollen. Papa, jetzt ist eine Nebensache. Den haben wir schon tausend Mal erklärt, wenn er sauer ist, wie er guckt. Deswegen. Genau, jetzt will ich mal gucken. Du bist ja nicht da quasi ziel. Ja, weil du luchst, 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 weißt du? Ja, ja. Wie guckst du mich manchmal an, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn du sagst, reicht, cut, best, ne stachla oder geh weg oder steh auf? Auf jeden Fall, das ist der Killerblick. Und ab dem Zeitpunkt ist es vorbei. Dann stehst du auf, lieber, und hältst die Klappe. Ah, ich kann abziehen. Die machen das sogar so, dass jeder das sieht. Ja, ich kann abziehen. Wie guckst du deine Nummer? Wie guckst du? Wie guckst du mich immer an, wenn du sagst. Ich hab schon geguckt. Sie hat schon geguckt, reicht, man kann nicht zweimal. Achso, und das kommt jetzt gleich da rein, ne? Bisschen, wir gucken uns so, wie so, woher ich schocken kann. Mhm. Ja, ich habe schon geguckt. Ja, ich habe schon geguckt, aber sie sehen. Ja, ich habe schon geguckt. 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 Ja. Mama will schon seit zehn Jahren einen Naturgarten. Papa hat ihr einmal erlaubt, vier Monate. Der hat aber keine Zeit dafür gehabt. Er hat sofort, er hat Bagger genug, alles kaputt gemacht. Mit dem ganzen Essen dritten. Wirklich ein bisschen. Wirklich ein bisschen. Ja. Mama, was ist das da unten? Hier. Was ist das? Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Diese ganzen Essen, die wir gekauft haben, in diesem Video. Ja. Ja. Wir haben heute Kassran und die Essen, ein bisschen nicht mehr in der Kasse gelangen. Aber wir werden in die Kasse gehen. Wir werden hier wieder probieren und zuerst die Kasse gehen. Und dann nehmen wir den Kasse. Wir sind dann wieder auf der Kasse Mehl und die Kasse. Die Kasse. Super, oder? Ja. Es ist knackig. Und ähm... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt gehen wir von hier. Gehen wir da hin. Was geht hier bei der Platte ab? Drei Eier und Milch. Wie viel Milch? Halbe Packung Milch. Halbe Packung Milch. Ich habe ein bisschen Seid bekommen. Ich habe ein Teiglas. Ich habe ihn bei mir bekommen. Ich habe ihn mit dem Band zueren. Ich habe ihn in Ansgar. Ich mache die Tasche. Ich habe die Tasche. Ich mache hier Apfel und betrachte das Zee. Was schier und Zee? Was ist denn das? Ich habe die Tasche. Wow. Das ist das so richtig geschehen. Ich gebe es hier als ein. Ich habe es nur einen. Wenn man das hier versucht, ist es auch so. Es ist ein holderswert. Es ist natürlich sehr schwierig. Ich mache es hier ein wenig. Leise und auch etwas. Du solltest das hier machen? Ja. Du hast das Gitarren gemacht. Ich kann das abdrehen. Wir meinen uns immer noch Ablauch. Wir sind was zu tun. Wir wissen ob wir etwas die Flasen kommen in der Flasen. Und jetzt kommt es ab und wir wollen Teresa das auch. Zumal da zusammen, wir brauchen Sie die Flasen. 5-5-5-5 Reuter. Von den sidemerln, das ist einfach das in die Flasen. Dieser ist wichtig, oder? Arzt. ESSER Ich mache es noch mit Daser. Sobald ich rede, sagst du, pssst! Manchmal ist es auch unbewusst. Manchmal ist es unbewusst. Ich mag das gar nicht. Manchmal nehmen sie einen Schrauch. Aber ich mache, dass man einfach nur die Läge ausdrückt. Das ist auch praktisch. Das ist auch ein Gerund. Das ist eine Räuberin. Das ist ein Gerund. Das ist ein Gerund. Das ist ein Gerund. Wir machen das Gerund. Er hat das Gerund. Der Gerund ist ein Gerund. Die Gerund ist ein Gerund. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt könnt ihr so reinbeißen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Weil ich es gerne mit einem guten Schwerer und Schwerer ist. Genau das sind die Brot. Das war es gut. Ich möchte die Kranien abonnieren, Gnade, Gnade, Schwerer und Abonnieren. Sie sehen uns die Schwerer sind hier, Sie haben die Zähne. Sie sind die Zähne, die ich dich mit der Zähne, der Flüchtlinge und der Flüchtlinge. Ich kann auch viel willkommen freuen, wenn ich dich gerne habe. Ich möchte gerne sagen, dass ich flach und ich liebe dich. Ich freue mich sehr, dass ich mich gefühlt und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Das ist die ganze Zeit. Ich bin froh. Ich bin heute ein Türker und ich bin ein Kürziger. Ich weiß nicht, aber ich liebe es. Ich habe nur einen Video über die Umgebung. Ich bin auch von Kalyan und Paristin. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. 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 Sie sind sehr schön. Ich danke dir. Wie ist die Familie von Oldenburg? Wie ist das? Ich danke dir. Ich danke dir. Schöne Grüße an dich, an Sherin und an Maya. Salam, ich danke dir. Ja, ich danke dir. Ja. Selin-Rosa-Rosa hat geschrieben auf kurdisch. Ich danke dir. 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 Wir begrüßen dieöstern. Vielen Dank! Vielen Dank! Das muss ich zurücknehmen! Sie hat viel zugenommen! Respekt! Sie meinen nicht bestimmt! Ich habe zugenommen! Wir haben beide zugenommen! Schöne Grüße an dich! Schöne Grüße an dich! Schöne Grüße an dich! Schöne Grüße an dich! Und letzte Grüße geht raus an SmileAbdullah Auf Instagram hat mein Nummer geschrieben Schöne Grüße an dich mein Lieber! Wie versprochen! Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr gegrüßt werden wollt Ich würde sagen wir machen jetzt Cut Und morgen ein neues Video! Und macht die 40.000 Abonnenten voll! Schöne Grüße an dich! Schöne Grüße an dich! Schöne Grüße an dich! Schein gib einmal! Schöne Grüße an dich! Ich bin auf YouTube!